Hallo, liebe Mediziner, liebe Ärzte, liebe Kollegen. Hier einmal schnell die aktuellen Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe in der letzten Woche verschiedene Anfragen bekommen zu dem Thema Wechsel des Bundeslandes. Aufgepasst! Das ist nicht ganz unproblematisch. Sie können natürlich jederzeit den Antrag in einem Bundesland zurückziehen und in einem neuen Bundesland den gleichen Antrag stellen. Nur bitte berücksichtigen Sie hierbei, das kann dauern, weil es kann sein, dass die Behörde, die erste Behörde, dann die Unterlagen an die neue Behörde schickt. Und da vergehen schon mal ein bis zwei Monate. Dann kommt ganz häufig die Frage, ja, ich habe jetzt die Fachsprachprüfung zum Beispiel in Bayern gemacht, bei der Regierung von Oberbayern, bei der zuständigen Ärztekammer, habe die Fachsprachprüfung bestanden und habe jetzt einen Arbeitsplatz in Baden-Württemberg im Raum Stuttgart. Was kann ich machen, wie geht das Ganze? Ja, Sie können natürlich wechseln, aber Sie müssen dann die Unterlagen von einer Behörde zur anderen transferieren lassen und das ist nicht ganz einfach und das kann entsprechend dauern. Soviel zum Wechsel der Bundesländer. Dann taucht verstärkt die Frage auf, wie lange ist eine bestandene Fachsprachprüfung gültig? Wie lange funktioniert das? Das Zeugnis einer bestandenen Fachsprachprüfung hat generell eine Bewirkungsdauer oder hält drei Jahre. Das heißt, die Behörde verlangt von Ihnen eine neue Fachsprachprüfung, wenn mehr als drei Jahre nach der letzten Prüfung vergangen sind. Bitte haben Sie das immer im Auge, achten Sie auf die Fristen. Ja, das ist eigentlich das Aktuelle, was wir zur Zeit haben. Es gibt noch ein paar andere Punkte, aber dafür werde ich am Wochenende noch eine neue Sendung machen. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.